In einem Wohnhaus an der Marienhöhe in Echthausen ist es am heutigen Montag gegen 16 Uhr zu einer Explosion und zu einem Brand gekommen. Dabei wurden ein 29-jähriger Hausbewohner und seine 26-jährige Lebensgefährtin verletzt. Der 29-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchenburg zur weiteren Behandlung geflogen werden. Er soll nach Polizeiangaben angeblich mit sogenannten Polenböllern hantiert haben und dadurch die Explosion und den Brand verursacht haben. Weitere Ermittlungen der Polizei laufen aktuell noch. Die Feuerwehr unter Leitung von Gemeindebrandinspektor Marcel Horn war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren auch Notärzte und RTWs vor Ort. Die Polizei wird in den nächsten Tagen weiter in der Sache ermitteln.